Und warum fahren wir jetzt noch mal zu zweit zur Bescherung? Weil es 10 vor 7 ist und ist meine Zeit. Aber ich bin ja Weihnachtsmann und heute ist Heiligabend. 10 vor 7 ist meine Zeit. Und die Kinder? Die Kinder haben mehr Angst vor dir als du vor ihnen. Mich lieben sie. Aber nur, weil du ständig mit ihnen Fernsehen guckst. Aber höchstens 5 Minuten. Hauruck, der Esel geht voran. Sehr aufmerksam, aber es bleibt dabei. 10 vor 7 ist meine Zeit. So eine ausgeprägte Vorliebe für Routinen ist übrigens ein typisches Symptom für Autismus. Ach Autismus, ich sag immer alles kann, nix muss. Darf ich um die Geschenke bitten? Wenn es sein muss. Was gibt es denn überhaupt? Was zu naschen. Oh, wie originell. Daufe Sandmänner, nehmen uns die ganzen Arbeitsplätze weg. Hallo Kinder, wart ihr auch alle artig? Du bist gar nicht der Weihnachtsmann. Bin ich nicht? Nee. Oder doch? Oh, der Weihnachtsmann, danke. Das ist das schönste Weihnachtsfest, das wir je hatten. Stimmt, machen Sie es sich schon mal gemütlich. Stirb langsam, fängt gleich an. Herrlich, ich liebe Weihnachtsfilme. Sampan, lieber Sampan, es ist noch nicht so weit. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR.